Rücken! Hau weiter rein, weiter rein! Oh Gott, ruhig zu Boden. Na gut, da wir keinen Plan haben, fahren wir jetzt. Ich glaub ja. Was auch immer deiner kann, aber der hat ein Special Function. Und wir fahren jetzt nach hinten zum Airfield weg, weil wir werden gesnippt. Und los! Okay, fahrt in deinen Start. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich hab keine Waffe und nix, aber die will sniper uns hier. Warte gern, wie sieht's aus? Kommst drauf? Oh, der ist cool, guck mal, der kann healen. Nimm den! Nimm den! Nimm den! Okay. Nimm den! Nimm den! Nimm den! Nimm den! Ja, ich bin dabei! Und los! Dann mir nach! Da kommen noch andere Autos! Ich bin tot! Alter, da hat was Heftiges auf mich geschossen! Geh, 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 geh! Oh, es wird's gut! Binnie, er tötet dich auch! Alter, wir hatten drei Militär-Jeeps. Einer kann hier! Einer kann hier! Einer kann hier! Aber Billy ist weggekommen mit dem Wagen! Ich lebe noch! Ist gut! In der Stadt! Irgendwo weg! Wenn du da die Straße folgst, einfach noch mal weiter! Und dann fährst du auf eine Straße zu! Hallo Max, ich bin bei dir! Aber das war die Feier eben, ey! Das war so witzig, wie wir sich über das Airfield gejagt haben! Überall mit Granaten! Und einen hast du auch bombardiert! Glaub ich sehe hier deine Leiche, ich rape dich! Echt ja! Echt ja! Echt ja!